Anders Jeder Mensch ist anders. Sie denkt schnell und logisch. die Freiheit Freiheit ist für sie wichtig. introvertiert Sie ist introvertiert. Er ist kreativ und idealistisch. die Harmonie Er mag Harmonie. der Streit Streit findet er schrecklich. Sie denkt praktisch und realistisch. das Abenteuer Sie liebt Abenteuer. reparieren Sie kann alles reparieren. Er ist fröhlich und gesellig. der Spaß Er hat gerne Spaß. extrovertiert Er ist extrovertiert. Sie ist neugierig und offen. die Diskussion Sie mag Diskussionen. provozieren Sie liebt es zu provozieren. Er ist vernünftig und vorsichtig. stur Er kann sehr stur sein. sich verlassen Man kann sich auf ihn verlassen. Sie ist rational und produktiv. das Ziel Sie hat klare Ziele. planen Sie kann gut planen Er ist gelassen und beliebt. der Humor Er hat Humor Er hat Humor. die Routine Routine mag er gar nicht. Sie ist sanft und sensibel. sich kümmern Sie kümmert sich um andere. einfallsreich Sie ist sehr einfallsreich. Er ist empathisch und geduldig. die Ruhe Er liebt Ruhe Er liebt Ruhe. helfen Er hilft gerne Sie ist ehrgeizig und selbstbewusst. die Entscheidung Sie kann gut Entscheidungen treffen. Sie kann gut Entscheidungen treffen. sich durchsetzen Sie kann sich gut durchsetzen. er ist ehrlich und traditionsbewusst. die Ordnung Ordnung ist sehr wichtig für ihn. das Neue Neues mag er nicht so sehr. sie möchte unabhängig und frei leben. die Idee Sie hat viele neue Ideen. die Idee Sie hat viele neue Ideen. verrückt Sie macht gern verrückte Dinge. Er ist nett und sympathisch. die Verantwortung Er übernimmt gern Verantwortung. Vertrauen Man kann ihm vertrauen. Sie ist freundlich und loyal. die Diplomatie Diplomatie ist ihre Stärke. der Respekt Respekt ist wichtig für Sie. Er ist fürsorglich und gut organisiert. Versorgen Versorgen Er möchte alle versorgen. die Unsicherheit Unsicherheit findet er ganz schlimm. Und wie bist du? Bist du eher introvertiert oder eher extrovertiert? Lebst du im Moment oder in deinen Gedanken? Triffst du Entscheidungen mit dem Kopf oder mit dem Herzen? Bist du spontan? Bist du spontan? Oder hast du lieber einen Plan? an? Bist du besser auf처럼 ... und clothespografiere ... Anschluss frankly ...